Herzlich willkommen hier im FCS-Blog, dem unabhängigen Block zum 1. FC Saarbrücken mit mir, Carsten Pilger. Und an dieser Stelle, auch wenn es sehr, sehr schwerfällt und weh tut, herzlichen Glückwunsch an die SV Elbersberg. Das war ein sehr verdienter Sieg im Ludwigspark, im ersten Spiel im Ludwigspark, in dem dieser fast vollständig ausgelastet sind. Es wurden ja 300 Karten noch zurückgegeben von Elbersberg, die nicht verkauft werden konnten an die Fans vor Ort. Allerdings hat der Verein von Frank Holzer doch heute wieder gezeigt, dass man es durchaus ernst nimmt mit der Wachablösung im Saarfußball und auf durchaus kluge Konzepte gesetzt hat, die so langsam ihre Früchte tragen. Umso schwerter der Tag für den 1. FC Saarbrücken, aber beginnen wir einfach damit, wie die Mannschaft es versucht hat. Wir bleiben bei dem taktischen Grundkonzept, was wir schon seit einigen Wochen kennen, mit einer Dreierabwehrkette, in der es eine leichte Umstellung gibt, denn Bjarne Tölke ist zurück und der war ja vor allem im Hinspiel ein Erfolgsfaktor. Was allerdings dazu führt, dass diese Kette relativ schnell gesprengt wird, ist eine frühe Verletzung im Spiel von Bonet Uafero. Und ihr wisst es, Bonet, super sympathischer Spieler und ich finde auch häufig leider unterschätzt. Gute Besserung an ihn, ich hoffe, dass er bald wieder zurückkommt. Ich denke, das war auch ein Knackpunkt im Spiel des FCS, dass da sehr früh sich umgestellt werden musste mit einer veränderten Situation. Insgesamt haben wir halt die, wie schon im Vorbericht besprochenen Elversberger vor uns, die auf ein asymmetrisches System setzen mit Robin Fellhauer, der immer weit nach vorne geht, da vorne wirbelt. Und der 1. FC Saarbrücken versucht dem so ein bisschen die eigenen großen Spieler entgegenzusetzen mit Kuni und Grimaldi und vor allem Grimaldi immer wieder zu suchen, der die Bälle klug verteilen soll an die Mitspieler. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, auch wenn in den ersten 30 Minuten die Spielanteile noch relativ ausgeglichen waren, da kamen von beiden Mannschaften nicht so ganz die zwingenden Chancen, wenn auch beim 1. FC Saarbrücken noch ein bisschen besser gegengehalten wurde. Im wahrsten Sinne des Wortes haben wir in der ersten Halbzeit eine Holzer-Truppe erwischt. Holzer, weil die Elversberger, glaube ich, in den Zweikämpfen durchaus körperlicher reingingen, durchaus auch mal früher unfair den FCS gestoppt haben. Da hätte durchaus Sascha Stegemann, vielleicht auch Robin Fellhauer mal früher eine gelbe Karte geben können, hat er nicht. Die sonstigen großen Entscheidungen, die er getroffen hat im Spiel, die sollten dann halt häufig gegen den 1. FC Saarbrücken fallen und häufig sollten die halt leider auch berechtigt sein. Nach 25 Minuten kommt es zum zweiten Knackpunkt, würde ich sagen, nach der Verletzung von Bonnet. Es kommt zum Eckball, da versucht Elversberg schon relativ klug Daniel Batz zu stören bei der Ausführung, ihm so ein bisschen zu behindern, zu blockieren. Und ich hatte so das Gefühl, da reden wir auch gleich noch drüber, dass ein großes Ziel von Elversberg auch war, Daniel Batz diese Strafraumbeherrschung, die ja häufiger mal bei ihm thematisiert wird, dass dem nicht immer ganz so gelungen ist, ihm da ein bisschen beim Thema weh zu tun, das ihm sehr, sehr weh tut. Was aber dann im FC S weh tut, ist eben diese ganze Eckballsituation, wo es vielleicht aus unserer Sicht besser gewesen wäre, dass der Ball schon beim ersten Versuch hinter der Linie gelandet wäre, dann hätte es halt 0 zu 1 gestanden. Was aber tatsächlich passiert ist, der Ball knallt vermutlich nicht ganz im vollen Umfang hinter der Linie auf und Lukas Schnellbacher kommt, er ist halt ein Stürmer, der weiß, wo er stehen muss, am Fünfer zum Abschluss und Tobi Jennecke ist auf der Linie, Daniel Batz geschlagen und Tobi Jennecke macht halt das, was instinktiv viele von uns tun, wenn ein Ball kommt mit hoher Geschwindigkeit, man reißt die Hände hoch, man will irgendwie auch nur den Kopf schützen. Und er hat dann die erste rote Karte seiner Karriere kassiert, hat auch kaum protestiert, bei Stegemann also gar nicht protestiert, weil er eben gemerkt hat, das war eine Entscheidung, die ging so in Ordnung. Danach hat Jakobsen den Elfmeter in der Hand gehabt, schon um Elversberg in Führung zu bringen, hat dann aber eine sehr schwache Ausführung gewählt, zentral direkt auf Daniel Batz, musste er nur stehen bleiben. Aber in der Folge ist halt das passiert, was man erwarten kann. Elversberg hat ein Spiel, das ist darauf ausgelegt, den Platz wirklich in der kompletten Breite zu nutzen, den Ball auch mal auf außen zirkulieren zu lassen, aber dann wirklich die Abnehmer zu finden, die genug Platz haben, wo die Lücke da ist. Und dann ist es in der 31. Minute einfach eine Flanke aus dem Halbfeld, die Schnellbacher bekommt. Er steht dann wirklich frei, also zwei Elversberger stehen frei, sind nur gedeckt von Luca Kerber, der gerade vorher gelb gesehen hat, also sich auch zweimal überlegen muss, was er macht. Lukas Böder und Bjarne Tölke räumen sich in der Mitte gegenseitig ab, die können auch nicht mehr eingreifen. Dann läuft halt Schnellbacher einfach mit dem Ball durch, legt ihn im Netz vorbei. Daniel Batz auch so ein bisschen verlassen von seinen Vorderleuten. Und in der Folge versucht der FCS, der dann halt in Unterzahl ist, Entlastungsangriffe zu fahren. Aber Elversberg macht halt die Räume dann auch hinten schnell dicht und man kommt nicht gut durch. Und auch Ritchie Neudecker, der zur Halbzeit ja rausgehen wird, komplett aus dem Spiel genommen. Und da ist eben nicht mehr viel zu holen. Auch das zweite Tor von Lukas Schnellbacher nach einer Flanke aus dem Halbfeld, wo er dann gefährlich frei steht am Fünfer. 2 zu 0 und kurz vor der Halbzeitpause in der Nachspielzeit fällt dann noch Carlo Gero Rizzuto, Robin Fellhauer am Fünfer des FCS, trifft ihn halt und dann gibt es Elfmeter und die Bremer Leihgabe, wollte Marder, macht das 3 zu 0. Und da ist der Tag eigentlich aus FCS-Sicht auch schon gelaufen. Zur Halbzeit fragen sich dann viele FC-Fans, ist das jetzt schon so eine Art Verhöhnung, dass man Lukas Schnellbacher rausnimmt? Und wahrscheinlich ist er eher aufgrund einer Verletzung rausgegangen. Man merkt dann auch, dass Elversberg wirklich drei Gänge rausnimmt in der zweiten Halbzeit. Es passiert aber relativ wenig. Und auch beim FCS, der eben in dem Zeitraum schon angeschlagen wirkt, schon müde wirkt, unglaublich müde und auch nicht mehr bereit, sich aufzulehnen. Da kommen keine zwingenden Chancen. Die erste große Chance ist dann in der 81. Minute auch wieder ein Elfmeter. Klar ist voll an Julius Biader und Julian Günther Schmidt tritt den auch eher schwach. Da hat der Elversberger Schlussmann Christoph auch keine Probleme, den zu halten. Und den ersten tatsächlichen Schuss aus dem Spiel heraus habe ich mir jetzt aufgeschrieben für die zweite Halbzeit aus der 90 plus 1 Minute von Biader nach einer Vorarbeit von Robin Scheu. Aber naja, wenn es dann eben schon so weit im Spiel ist, dann ist das auch nur für die Galerie. Und eine Minute später macht dann Elversberg mit einem relativ einfach gespielten Konter durch Kevin Coffey noch das 0 zu 4. Insgesamt ein sehr, sehr gebrauchter Tag für den ersten FC Saarbrücken. Aber es gilt natürlich das, was ich auch vor Spielbeginn gesagt habe im Vorbericht. Man sollte jetzt nicht so ein Spiel als eine Zäsur sehen oder sagen, jetzt ist der Aufstieg abgehakt, jetzt ist die Saison abgehakt. Es sind noch Spiele zu gehen. Aber die Frage ist nicht, will der 1. FC Saarbrücken dieses Jahr aufsteigen? Die Frage ist nicht, will man irgendwie verhindern, dass Elversberg hochgeht oder hat man da jetzt Angst, dass es eine Wachablösung im Saarland gibt? Und der 1. FC Saarbrücken sollte auf sich selbst schauen und sollte sich fragen, warum gibt es immer wieder diese Spiele? Warum gibt es immer wieder diese Derbys? Ich sage jetzt bewusst Derby, weil auch wenn man den Begriff vermeiden will, weil da nicht die gewachsene Tradition von anderen Vereinen dahinter steckt, es geht eben um etwas, was Leute im Saarland ganz bewusst wahrnehmen als David gegen Goliath. Und wo natürlich auch Sympathien kippen können, wenn dann der vermeintlich kleinere Verein, der natürlich auch von einem großen Kapitalisten finanziert wird, wie wir es von einem großen Kapitalisten finanziert werden, wenn der halt den FCS ärgert, kann das natürlich dazu führen, dass es wie eine Wachablösung wahrgenommen wird. Natürlich muss Elversberg noch den Beweis abbringen, dass die längerfristig sich oben etablieren können. Ist deren erste Saison als Aufsteiger, wenn sie einen Durchmarsch machen in der 2. Liga? Auch die Frage, wie geht es weiter bei denen? Aber wie geht es weiter beim 1. FC Saarbrücken? Denn ich habe so das Gefühl, jetzt, wenn man das heute als so einen Wendepunkt sehen will, dann vielleicht als Wendepunkt oder Weckruf an Holiday Hartmut, unseren Präsidenten, der endlich mal den Schalter umsetzen muss. Und da reicht es nicht, dass er sich letztes Jahr mit Rüdiger Ziel in einen Stadthalter reingeholt hat, der gemerkt hat, das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer ist so belastet, ich muss den Trainer jetzt ablösen und selber Trainer sein. Ich frage mich, hat er jetzt überhaupt noch Zeit, als Stadthalter von Holiday Hartmut zu fungieren? Hat er Zeit, jetzt wirklich noch die entsprechenden Hebel zu setzen? Denn was der 1. FC Saarbrücken braucht, und das hat man heute mal wieder gemerkt, ist eine Professionalisierung in allen Bereichen. Es ist eine Frage, will man künftig halt der Verein sein, der sich so eine halbe Saison lang mit dem Gedanken zufrieden gibt, wir wollen oben angreifen, aber am Ende dann doch so sagt, naja, jetzt haben wir dieses eine Spiel vergeigt, dann sind wir doch froh, dass wir mal wieder die Klasse gehalten haben. Aber man reflektiert nicht, will man jetzt eine größere Scouting-Abteilung? Oder will man nicht nach solchen Spielen, die immer wieder in die Hose gehen, mal in Sportpsychologie investieren? Jeder Bundesligist, jeder Zweitligist, der so eine Serie an Spielen, die irgendwie als so entscheidend wahrgenommen werden, verlieren würde, der hätte längst einen Sportpsychologen. Der würde sich längst Fragen stellen, warum wirkt das Spiel so müde? Warum haben Spieler, die offensichtlich einen anderen Trainer wollten, jetzt doch wieder eine Körpersprache, in der irgendwas nicht stimmt? Warum ist so jemand wie Julian Günther Schmidt, der eine Bank war, der von anderen Vereinen aus einer Liga höher gejagt wurde? Warum tritt der so ein Elber? Das sind Fragen, die wirken zwar punktuell wie etwas, was man schnell so klären kann und sagen kann, naja, zwei, drei Wochen, da ist Gras drüber gewachsen. Aber nee, das sind alles Anzeichen dafür, dass der 1. FC Saarbrücken sich professioneller aufstellen muss, in sehr, sehr vielen Bereichen. Und dass es nicht reicht, da vielleicht im Sommer einen Mike Franz zu holen oder einen Richie Neudecker und immer wieder auf große Namen zu verweisen oder den eigenen großen Namen. Da muss ein bisschen mehr geleistet werden. So viel dazu, wie habt ihr das Spiel gesehen? Ich freue mich auf eure Kommentare und auch wenn sich das alles so hart anhört und hart anfühlt, der 1. FC Saarbrücken, der wird auch nicht untergehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.